So meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Regelpackt aus. Heute mit ein paar neuen netten Briefchen und an dieser Stelle sei gesagt, an alle Leute, die noch auf Karten von mir warten, ich hatte leider diese Woche keine Zeit. Ich habe die Briefmarken schon geholt, ich werde die vielleicht, wenn es sogar jetzt noch geht, heute Abend raussenden, sodass ihr die Anfang der Woche bekommt, aber spätestens so Mittwoch, die Woche sollte die dann da sein, hoffe ich mal, ansonsten hat die Post da Faxen gebaut und das kommt erst Ende der Woche an. Aber die kann auf jeden Fall noch versprochen, hier muss irgendwo auch noch was liegen, beziehungsweise irgendwas mit Tauschkarten oder so ähnliches, aber das werden wir dann ja sehen. Und ja, wenn ihr mich auch mal schicken wollt, dann könnt ihr das ganz easy machen, indem ihr einfach nur die hier unten in der Beschreibung stehende Postfahreradresse auf einen Briefklatsch, ich zeige euch das mal ungefähr, wie das wird, oder aussieht dann, das hier dann ungefähr so aus, Rebeng, Postleitzahl, äh, ne, Postfachnummer, Postleitzahl Düsseldorf, und da habt ihr das eigentlich. Ja, wollte ich mal so gesagt haben, und das war's eigentlich, wenn ihr mir ein größeres Paket schicken wollt, dann könnt ihr mich nach meiner privaten Anschrift fragen, oder rücke ich euch gegebenenfalls die Anschrift raus. Ja, das war's eigentlich, und ansonsten, schon mal sagen, machen wir mal hier ein paar Briefchen auf. Der erste Brief ist heute von Nico, und Nico, äh, nicht zugetätert oder ähnliches, geht also relativ easy auf. So, wir haben da einen Brief, okay. Ein Brief von Nico. So, Nico hat einen Brief geschrieben. Wir haben einen Brief gekriegt, wir haben einen Brief gekriegt, wir haben einen Brief gekriegt, wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wie? Wer kennt's noch? Und, ja, ich fang einfach mal an, zu lesen, anstatt zu labern. Hi Regi, ich bin ein großer Fan von deinen Videos. Am meisten die Pokémon. Das beste Video ist von Pokémon Quartz mit Pixel World. Ich frage dich, was deine Lieblings-Pokémon sind. Ich werde dir sagen, was meine Lieblings-Pokémon sind. Erstens Darkrai, zweitens Bojelin, drittens Staraptor, viertens Groudon, fünftest weißes Keorem. Äh, das Pokémon, was ich gar nicht leiden kann, ist Sorbius. Also, meine Lieblings-Pokémon ist ganz gleich, ich brauche auch mal so eine Top 5. Ganz oben ist natürlich Arcani und dann kommt da so Pokémon-mäßig eher... Die Reihenfolge ist eigentlich egal, aber ich mache auf jeden Fall ganz viele Pokémon, besonders die Drachen. Butalanda ist geil, Garchomp ist geil, Trikephalo ist geil, ganz viele Drachen. Also Metagross ist cool, Deathwater ist cool. Da gibt's schon einige Pokémon, die ich mag. Und so ein Non-Standard, was ich mag, ist noch Ariados, finde ich echt geil. Äh, ansonsten Stahlos, sehr cooles Pokémon und ja, also halt groß und kräftige Pokémon, das ist so, was ich mag. Außer Arcani, das ist ja eher so elegant und geschmeidig, ja. Und Hass-Pokémon ist Haspior und Enikoro, das geht gar nicht, ja. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du zurückschreibst und meinen Brief bei Regipunk aus vorliest, mache ich ja. Ich bedanke mich bei dir, mit freundlichen Grüßen, Nico. Also Nico, ich hoffe, ich habe deine Fragen beantworten können. Äh, eigentlich ja schon, ne. Ja, ich habe all deine Fragen beantwortet. Und, äh, ja, Brief wurde auch vorgelesen. Besser geht's nicht für dich, was? Dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier noch etwas, was ich seit dem Montag habe, und zwar von guten alten Pascal. Und, äh, Pascal hat den Brief zugetäsert. So. Ding, aber erstaunlich mäßig easy off. Und, was ist da drin? Ah, okay, ich kann mich schon denken, was das ist. Äh, das ist mal wieder eine Tauschkarte. Oh, Pascal geht ab. Das heißt, Pascal, wenn du Glück hast, schmeiße ich dir die Post direkt jetzt gleich sogar noch rein. Ist halt da draußen am Regnen, aber gut. Also, auf jeden Fall eine Postkarte, er hat sie sogar, äh, rückadressiert. Ja. Extra sogar noch mit Briefmarke, äh, vorne drauf. Rückadressiert sehr gut, das kommt hierhin. Das schmeiß ich die ganzen anderen Sachen auch noch gleich mit rein. Und Pascal schreibt, so. Hi Regi, hier ist die versprochene Karte. Ich hoffe, es ist die richtige. Wenn nicht, schick sie wieder zurück. Für diesen Fall entschuldige ich mich natürlich. Dazu habe ich noch eine Karte für Sayu. Schöne Grüße auch an sie. Das Geschaffe von, wie ich dich auf YouTube gefunden habe, kommt ein anderes Mal. Dass du der Beste bist, weißt du ja eh schon. Mit freundlichen Grüßen von Pascal aka Lord Helsing 1. Lord Helsing 1 kenne ich sogar ziemlich gut. Du warst natürlich derjenige, der mir mal eine PSN-Karte ausgegeben hat. So aus vergisst man einfach nicht, ja. So eine nette Geste. Und, äh, ich würde sagen, gucken wir mal rein. Ich weiß, glaube ich, schon, welche Karte es ist. Und du kriegst natürlich deine versprochene Karte auch. Ja, es ist die richtige Karte. Es ist nämlich eine Full Art von Skylar aka Geraldine. Und er hat gesagt, biete sie mir den Tausch an. Deine Tauschkarte ist sogar hier. Habe ich extra rausgelegt auf der Fensterbank. Tue ich dann gleich in den rückadressierten Brief rein. Sieht einfach geil aus. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Full Art Trainerkarten. Colress hatte ich mal, aber die habe ich ja vertauscht. Ich bin am überlegen, ob ich mir die wiederhole. Und ja. Und Belle fehlt mir noch. Belle Full Art. Vielleicht hole ich mir die auch noch irgendwie. NHB und Sharon habe ich mir auch mal getradet. Und das ist wie kein Schuss. Da wird sie sich, glaube ich, auch freuen. Kann ich ja dann direkt übermorgen mitbringen. Vor euch morgen. Jawohl. Ist geiler Full Art. Wie geil ist das denn? Die heiße Bitch. Äh, was? Gut. Also da hätten wir jetzt geiler hier. Sehr elegant. Vielen Dank dafür, Pascal. Du, den Brief schicke ich dann auf jeden Fall jetzt. Ihr könnt, alle anderen können dich bedanken bei hier, Pascal. Dass der Brief dann ganz schnell, oder dass die Briefe gleich noch versendet werden. Ja, und das würde ich mal sagen, okay, Pascal, wie gesagt, wir haben jetzt noch einen normalen Standardbrief hier von Michael. Und da machen wir den Brief mal auf. Das ist wieder ein hartnäckigerer. Das ist wieder ein hartnäckigerer. Ich bin mal gespannt, was hier drin ist. Mischa, was hast du denn hier drin, mein Freund? Okay. Uh, ich sehe hier schon Kodak. Kodak Fotos. Okay. Hey, ich bin mal gespannt, was da drin ist. Da drauf ist, je nachdem. Nackt Fotos von mir? Ja, natürlich nicht. Oh, wie süß ist das denn? Zeige ich euch gleich. Ähm, fangen wir mal an. So, Michael. Michael schreibt, Hallo, Riki. Ich bin mir sicher, dass du mich bislang noch nicht wahrgenommen hast. Dabei bin ich seit Floreska ein begeisterter Zuschauer. Deine Stimme wirkt sehr sympathisch. Mach bitte weiter so. Wird gemacht. Äh, ich bin vor einiger Zeit schwer psychisch erkrankt. Und Let's Plays, ne, und Let's Plays besonders auch dein und Sayus lenken gut ab. Ei, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung. Sowas wünsche ich mir natürlich keine psychische Erkrankung. Äh, hoffe, kommst du dir auf die Beine oder ähnliches. Und das ist nicht allzu schlimm, ne? Gute Besserung von mir. Zudem gebt ihr mir immer das Gefühl, dass es richtig ist, so zu sein, wie man es ist. Natürlich ist das richtig. Warum sollte man nicht so sein, wie man nicht ist, ne? Fühlt man sich auch gar nicht wohl, wenn man ehrlich ist, oder? Wärt ihr gern, müsstet, also würdet ihr gerne eure eigenen Gefühle unterdrücken und euer eigenes Benehmen immer stets unter kritischem Auge behalten. Nee, oder? Da fühlt man sich doch auch so Big Brothers watching you und so. Nee, muss nicht sein. Naja. Entschuldige bitte diese, äh, diese Creepy-Schrift. Meine Hand verkrampft beim Schreiben gern. Kein Ding, kennen wir alle. Äh, ganz liebe Grüße an dich und auch an Sayu, euer 3er Abonnent Super Cyber Tiger Yon Takahara. PS. Die Bilder habe ich speziell für euch erstellt. Ach, das sind zwei Bilder. Oh, sorry, ich dachte, das ist nur was für Sayu. Wie kann ich das auch nur denken? Ach, das sind zwei. Das verklebt nur. Ach, wie süß ist das denn? Das schicke ich der gleich im WhatsApp. Und dann ist die so. Weil die ist, ich habe das Gefühl, die ist gerade ein bisschen, naja. Das ist jetzt, ich habe hier ein Pixel World, die ist sa, äh, links, Pikachu. Extra von dir erstellt. Geil, ne? Bestimmt, äh, hier. Auf dem PC bearbeitet und so weiter als PNG-JPG-Datei Stick rübergezogen und dann irgendwo bei Tee, die Kodi oder so gemacht. Naja, da habe ich mich auch mal gemacht. Und ein Akani für mich. Ray Bang. Das hänge ich mir wirklich auch gleich hier direkt auf. Wenn ich, ich würde alles aufhängen, wenn es ging, ja wirklich alles, aber ich habe hier wirklich gesagt, kein Platz, ey. Wenn ich irgendwann mal irgendwo woanders wohne, wenn ich irgendwann mal bei Sayu wohne, ja, dann hänge ich einfach alles auf, versprochen, aber das ist halt der Platzmangel da. Das ist echt nervig. Na egal, vieler gar nicht. Dafür habe ich sogar noch ein bisschen Platz hier. Zwischen den privaten Fotos hier auch. A.K.A. mein Nacktfoto oder was? Ja. Super, Dankeschön, Mann. Folgt mich riesig. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ja, ja. Never ending, sorry. Und dann haben wir jetzt etwas von Absender, kann ich nicht lesen. Estee, ich bin das versankt, bist du heilig? Bist du Sankt Nikolaus? Kommt aber aus Essen, das kann ich ja wenigstens mal sagen, glaube ich. Also nicht allzu weit her, und das ist, ich zeige euch das mal, zugetätert wie scheiße. Wie soll ich das auch kriegen, Mann? Da stellst du mich vor eine Challenge, die es in sich hat. Nein, eigentlich nicht, oder? Ganz einfach. Schneide ich mir noch irgendwie ins Auge, also hier. Porno Schere. Weil die rot ist, ist die Porno. Wir haben jetzt hier als erstes einen Brief drin, und ganz viele andere Sachen. Viele Pokémon-Karten. Ey, geil. Und auch noch Pokémon-Spieler, ist das in der Ernst? Ach, du Kacke. Nicht Pokémon-Spieler, aber... Eieiei. Also, namenslose Person, deren Name ich nicht lesen kann. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, was da drin ist. Eieiei. Na ja, gut. Der Brief auch nochmal zugetesert, bis zum Gehtnichtmehr. Du hast mich aber extrem lieb. Ey, bist du der Typ... Ne, du bist nicht der Panzer-Tape-Typ. Oh, ich wollte schon sagen. Da hat nämlich jemand wirklich gesagt, er mache mir etwas aus Panzer-Tape. Ja, und dann habe ich etwas, an dem ich kauen muss, ne? Kauen muss. So. Würde ich mal sagen, machen wir erstmal hier den Brief, bevor ich euch alles andere zeige. Und, oh, Blattverschwendung hoch 10. Naja. Alles klar. Fangen wir einfach mal an. Hey, Regi. Immer nach einem nervigen und langweiligen Schultag bist du derjenige, der mich zum Lachen bringt. Deshalb schicke ich dir meine Lieblingsspiele. Grüßt, Sayu. Und ich wünsche euch noch viel Glück. Sorry für meine Klaue. Kein Problem, Mann. Kennen wir doch alle. Auch wenn ich deinen Namen jetzt gerne wissen würde. Du bist ja jetzt der Heilige bist du, ja? Wegen ST. Das kann ich einfach nicht lesen. Und, äh, ja. Der hat hier drei Spiele zugelegt. Einmal, äh, Tony Hawk's Pro Skating oder so. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Dann ist das hier Wally. Disney ist Wally und, äh, Spongebob. Draw to life. Na gut, dankeschön. Spongebob-Game würde dich mehr interessieren. Ich glaube, ich schmeiß das mal gleich an. Dann haben wir hier noch ein paar Pokémon-Karten. Oh, geil. Das ist episch. Wir haben hier ein Rani. Holo. Sehr cool. der Chili. Warum verzückt der in der Autofokus? Hier ist es manchmal ein bisschen Abfuck. Noch ein Arcani. Sehr schädig. Ein Focano. Ein Focano. Ein Focano. Und ein Impulio Levelix. Ich muss gleich mal Frage, ob die das noch braucht. Bin mir nämlich nicht sicher. Aber vielen Dank dafür. Und wir haben hier noch zwei Online-Karten. Sehr schädig. Freue ich mich gleich. Kann ich die mal gleich einlösen, mein lösen. Ja. Und das war es, glaube ich. Vielen lieben Dank, du geheiligter namenloser. Ich werde da Spaß haben. Und danke für die netten Worte und ich vertreibe euch gerne die langweilige, ne, die langweiler am Nachmittag. So. Ihr müsst wissen, auch ich langweile mich die letzte Zeit extrem. Ich kann auch was zu tun. Sehr blöd. So, jetzt haben wir etwas Größeres hier. Ihr seht, von der Michelle, das machen wir auch mal gleich auf. Das. Ach, das ist das. Okay. So. Gucken wir mal rein. Wir haben da erstmal. Ei, ei, ei. Eine ganz schöne Zeichnung haben wir da. Und da drin liegt noch einiges mehr. Och, wie geil. Haha. Wer nicht. Du hast das mit Uhu zugeklärt. Das riech ich. Das ist dieser Uhu-Geruch. Oh, ja. Oh. Und da ist noch okay. Bin ich mal gespannt. Ach, Karten hat sie auch noch geschickt. Geil. Also, Michelle, ich würde mal sagen, fangen wir erstmal natürlich mit dem chilligen Brief an. Och. Ho, ho, ho. Ach. Ach. Das ist Juhu. Juhu, schöne Rüße an dich. Ich kenn die Juhu natürlich. Sehr nette Zuschauerin. Sehr lieb. Snee-Bild-Tick oder Snee-Bunder-Tick, ja. Wow, also da freu ich mich. Da hat sich jemand richtig im Zeug gelegt. Okay. Ich fang einfach mal an. So, hier steht Juhu, Regi. Hey, was geht? Ich bin Snyder-Juh, Aka-Nighty. Ja. Mein Name sagt bestimmt nicht so viel, da ich erst als Sacred Gold aktiv zuschauer. Bei dir und Saju. Der Name sagt mich hoffin, ja. Also, PN haben wir ja geschrieben, ne? Die Gengar Prime, Geraldine und ein paar andere Karten hab ich natürlich reingepackt. Auch ein kleines Bild. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich freu mich schon richtig auf die Zoroark-Karte. Die werde ich richtig hüten. Es ist einfach mein Lieblings-Foki mit Sneebel. Stellen die Zoroark-Karte für dich muss ich auch noch abschicken, ne? Kann ich auch gleich machen. Äh, ah, jetzt weiß ich aber nicht, welche Zoroark-Karte. Aber für diesen Fall. Also, das ist sch... Ich schick dir einfach beide, ja? Warum nicht? Ich schick dir einfach beide Zoroark-Karten. Komm, ist ja nicht schlimm, sind ja meine Tauschkarten und du magst das bestimmt. Egal. Alles Gute! Nighty, Michelle, Nighty. PS, könntest du eventuell zwei Autogramm-Karten von dir und Sayyou? Bin gerade überlegen. Ist uns Sayyou unter, äh, hier. Weggestrichen. Aber ich bin ja morgen bei Sayyou. Das heißt, wenn du bis hier länger warten könntest, kann ich dir das auch noch machen. Da freut sie sich bestimmt. Besonders wenn die da auch noch hier die Zeichnung und die Karten sieht. Ähm... Dürftig auch Zeiten. Eine für ein Kumpel... Ne, eine... Kannst du so zwei... Ach so, zwei Autogramm-Karten, okay. Eine für ein Kumpel hat kein YouTube bekommen und eine für mich. Äh, ja, zweimal von Sayon mir. Warum nicht? Und, äh, zum Durchschnittlichen und Sayyou, ich habe gerade das Video von ihr gesehen, wo sie gesagt hat, dass sie dich erst mal nicht sieht. Viel Glück beim Abi. Also will ich echt keine Arbeit machen. Quatsch. Ich glaube, das Video war halt ein bisschen älter auch, ne? Und da haben wir uns, glaube ich, auch in Zeit lang nicht gesehen. Ja, aber ich bin jetzt von... Sonntag da. Kein Ding. Kann ich dir auf jeden Fall geben. Zweimal. Sollte klargehen. Kannst mir ja auch da das Video schreiben, wie dein Freund heißt. Das will ich nämlich auch noch interessieren. So, und jetzt haben wir hier schöne mühende Zeichnung, meichnung. Tada! Wuhu! Wieder mal groß. Selbstständig, sehr schön. Hier, ich hier mit meinem Arcane hier mit Wasserkopf und zeigen mir hier richtig so schlanke Figur. Pikachu schlank. Modelfigur. Und da komme ich kräftig. Wasserkopf. Ja, gut. Warum nicht? Ist so hier auf jeden Fall sehr süß aus. Werde ich dir auch gleich zeigen. Wurde ich schon was tolles. Hier sogar noch unterschrieben. 15.4. Sehr cool. Dann hat sie hier noch Figuren beigelegt. Tag. Tag. Für Sayu. Ist doch klar. Dann. Tag. Torchleit. Unser Bro. Und ja. Eli Voltec. Wird hierbei ein bisschen voll mit den Figuren. Das ist kein Problem. Und natürlich sind hier noch die Karten. Die wollen mich schon auch einige von euch sehen. Und... Oh, ich sehe sie schon. Ja, wir haben halt getauscht. Sie meinte so, ja... Ich möchte unbedingt diese Roa-Karte und so haben. Und eigentlich, wie gesagt, brauchte ich von den Karten nichts. 2. Das war halt 4. Gen, ja. Aber dann habe ich mir gedacht, das Gengar Prime, das ist echt schon... Pervers cool, ne? Also gucken wir einfach mal. Gengar Prime, euch gehört, soll auch mega stark gewesen sein. Spiel stark. Naja, egal. Äh, wir haben hier eine... Gengar Prime. Eine Skylar-Giraldin für mich. Vielen Dank. Eine Alpollo. Vorstufen wollte ich mir geben. Nebulak. Äh... Ingenieurskniffe. Richter. Was ist das denn? Dämlicher Talisman. Dämpfen der Talisman. Ach so, okay. Äh, Pokéball. Pokéball. Altwernstein. Pokéball. Der hat mir ganz viele Bälle gegeben. Äh, Expertengurt. Was ist das denn? Bergeenergie. Ah, okay. Regenbogenenergie. Ah, Cherim. Reverse. Radical Reverse. Glücks-Eye Reverse. Lady Lena. Äh, Weberack Reverse. Pokémon Krall. Onyx. Helix Fossil. Ammonitas. Flampivian. Aka-Hijidaguma. Wablu. Digga-Figure. Flame, mein Bro. Demi. Magma Torchlight. Ich. Äh, Blowjob. Dummiesel. Kikugi. Äh, Georock. Plussel. Ach, Plussel. Flumpenkiefer. Meryl. Hakan. Jan-Mega. Also, Yu, wirklich vielen lieben Dank. Sehr, sehr tolles Briefchen. Im Zeichen war alles drum und dran. Tauschgarten. Ähm, Adresse darf ich nicht wegschreiben, das muss ich mir merken. Wie gesagt, also dein, äh, Brief, der kommt dann höchstens, äh, frühestens, äh, Montag dann raus, hoffe das ist nicht so schlimm. Äh, ja. Wie gesagt, schreib mal rein, ob dein Kollege, wie der heißt, ne. Kann mir auch privat dann schreiben, wenn er es nicht öffentlich machen will. Äh, ja. Also, so vielen lieben Dank dafür. Hast du ja hoffentlich gesehen, wie ich bin heute, aber auch bei allen anderen. Auch bei Nico. Bei allen anderen, äh, Nico. Pascal. Zwei fehlen noch, zwei fehlen noch, zwei fehlen noch. Michael. Michelle. Heute der letzte fällt mir nicht ein. Scheiße. Aber vielen Dank wirklich alle von euch. Sehr cool. Ja, ansonsten wünsche ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Haus, oder was, gute Ciao. Einer Benger, der Erzählfinger.